Wo seid ihr? Ey Timo, mach mal das Loch dazu. Welches Loch? Das was? Da oben? Ja ok, ne, das ist zu weit oben. Nein. Lecker Eis. Das Praktische an Multiplayer ist ja irgendwie, dass... Da bewegt sich was. Ok. Dass man nicht so richtig sterben kann. Also wenn jemand stirbt, dann, äh... Wenn die anderen eben ja noch die Items aufsammeln. Das hast du geschafft, das Loch ist weg. Das Loch ist weg. Die Feuchtigkeit... Versickert, also die, ne? Ok. Höh? Höh? Ah, das Skelett ist unsicher! Wo seid ihr? Ich fühle mich so hilflos. Ich bin auf der anderen Seite, ich bin ja... Freddy. Ah da. Das sieht so lustig aus, ne? Das Skelett war in der Wand und ich hab's nicht mehr gesehen. Ich hab's nicht mehr gesehen. Und es hat trotzdem noch auf mich geschossen. Creeper. Ey Timo, du bist so ein Horse, ne? Ja, der buckt immer, der hat's gesehen, hat's angebuckt, der Creeper. Ja, das ist im Moment irgendwie noch. Bei mir war auch das... Das Skelett hab ich überhaupt nicht gesehen. Das hat trotzdem auf mich geschossen. Ohhhh... Da ist nichts mehr. Nein? Warum schützt er denn jetzt? Wir sollten hier... Wir sollten uns hier einen Tee machen, dann immer irgendwo am Ende des Ganges immer Tee in sitzen. Das wär voll lustig. Wir sollten vielleicht... Hey, ey, ich hab mal hinter dir, Stefan! Geil, ey. War knapp, würde ich sagen. Stefan, hinter dir. Ich würde mal sagen, wir bleiben einfach mal ein bisschen zusammen und warten mal ein bisschen aufeinander und ich ess mal was. Ah. Wow, Melonen bringen einen ganzen Frosch-Schenkel wieder. Das ist ja toll. Ein Watt, ein Frosch-Schenkel? Ja. Ach... Hast du das Wasser ausgemacht? Das wollte ich noch gerade mal. Ich geh mal da hoch. Hoch? Da gibt's auch noch meine Güte. Ähm... Ja. Geh mal dir hinterher. Zack, das ist Eisen. Komm, man... Du hast Eisen ab, dann mach ich das Ding... Nee, hörst du mich ganz viel Eisen ab. Also ich mach erstmal das Wasser out, wie. Mach erstmal das Wasser out, wie. Mach ich jetzt gar nichts mehr. Ja, und dann komm, dann komm nach oben Penny. Also hier diesen Weg nach oben. Hier ist irgendwas. Hier säuft noch was anderes ab. Hörst du das? Nee, mach doch mal das Wasser da aus. Wann lauf man? Ja, sind wir doch gerade dabei. Weißt du, wo das Wasser ist, Pelip? Das kommt von ganz oben. Ich seh das. Ey, die hat da nicht so viel Ahnung von, weißt du. Ja, nein, nein. Ich nicht. Nein, warte, seid mal ruhig, seid mal ruhig. Slime. Ja, irgendwo... Oh, Riesenhöhle, scheiße. Fuck. Sag euch doch, irgendwo ist hier was. Hier rein, na. Wo ist der Slime? Slime kommt zu mir. Da vorne ist er. Ja. Oh, ach... So. Ich geh mal in die andere Richtung. Wir haben halt Slime gefunden. Nee, komm mal mit jetzt. Primo, komm jetzt. Nicht... Nicht so weit auseinander, sonst können wir auch alleine spielen. Bin doch direkt bei euch. Ja, komm doch. Ich seh dich doch von hier. Wow. Ich baue grad das Eisen ab. Kohle. Wir haben bestimmt bestimmt so viel Kohle. Ja, brauchen wir ja auch. Aber das war, glaub ich, unser erster Slime, der erste, den wir mal gesehen haben, ne? Das kann sein, ja. So benennen wir die Folge. Jetzt können wir uns Sticky Pistons machen. Nee. Wenn wir wüssten, wenn wir wüssten, wie Pisten gehen. Ja, das lässt sich ja nachgucken. Was ist denn hier? Aber... Müssen wir erst mal überlegen, wofür man Sticky Pistons ist. Ich hab schon zwei Stacks Kohle, Alter. Ich hab fast einen und... Gold! Oh, Gold ist jetzt... Wow! Glück, ja. Der ging ab, ey. Wow, 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 wow! Ja. Jetzt hab ich fast da in den Abgrund gefallen und mir guckt da so ein Creeper zu. Ciao, Creeper! Ja, das war doch langweilig. Warte, ich spring mal runter. Was ist denn hier? Nimo! Mach vorsichtig! Spiel mal ein bisschen auf Spannung, das ist doch scheiße! Holy shit! Wir sind mal sofort wieder draußen hier. Wow, wow! Stefan! Hilfe! Oh! Nein! Oh mein Gott, ey, zu dritt ist lustig in der Höhle. Nein! Wow! Ach du Scheiße! Paddy, wo bist du? Ah, du bist dahin untergegangen. Au, 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 au! Ach, du bist... Ach, da kommt doch glaube ich noch ein Zombie an bei dir? Nee, der ist gerade runtergefallen, glaube ich. Und der Creeper auch. Nein! Nein! Der explodiert mich! Nein! 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 Alter, wie viele Zombies kommen wir an? Da hinten kommt Zombie... Also ich würde mal überlegen, ob da vielleicht ein Spawner ist. Ey, meine Fresse, wo sind die denn? Ich bo... Oh, ne, noch nicht. Ey, ich glaube hier ist ein Zombie-Spawner, so viele Zombies wie hier. Da ist eine Spinde, da ist eine Spinde! Oh, Level 10! Hey, Level 11! Nein! Das erste, was ich jetzt noch mache, ist ein bisschen die Helligkeit hoch, weil... Ihr haut mich hier die ganze Zeit so durch die Gegend, ey. Ich mache erst mal mein Dings so, ich habe erst mal was gegessen. Da oben ist noch eine Höhle, ey, hier sind überall Höhlen, hallo? Ja, das ist ja noch froh. Vielleicht treffen wir ja noch auf unsere, äh... Eine Höhle, die zum Haus geht, das wäre natürlich voll perfekt. Oh, hier ist auch eine Höhle. Wo? Hier. Entschuldigung, ich habe... Hohle abgebaut. Was ist denn eigentlich hier unten? Wo kam er eigentlich her? Ja. Patti komme hier runter. Wo runter? Ah, da. Nicht schubsen. Seid mal ruhig. Schon wieder in Slime, oder was? Ich glaube hier ist noch in Slime. Irgendwann wo? Patti machst du wegen nach oben, ich mach wegen nach oben. Nein, mach ruhig. Guck mal da runter. Ey, ich habe einen Pilz gefunden. Patti da unten ist, ob es die haben. Und ein Creeper. Meine Herren. Pass auf, pass auf, pass auf. Bäm. Und direkt neben dir müsste jetzt auch irgendwann ein Skelett rauskommen. Hier ist eine Riesenhöhle. Oh, scheiße. Aua, hilf euch mit Mut. Meine Scheiße. Pass doch mal ein bisschen her auf. Leute, der, der das Skelett hat, dann hat das andere Skelett abgeschrieben. Ey, der Creeper, der, warum, habt ihr den Creeper nicht getötet? Au. Also, jetzt pass auf, Leute. Ihr dürft, ihr dürft nicht einfach hier so durchrasen. Das ist doch nicht voll langweilig. Hab ich ja nicht gemacht? Ich war hinter euch. Spiel doch mal ein bisschen vorsichtig. Bäm. Und ihr habt schon wieder irgendwelche Kohle vergessen. Ja, hallo. Da kommen Monster an. Oh. Ah nein, mein Schwert. Bis die da sind. Zum Glück haben wir... Sack. Hier ist irgendwo ein Spawner, werd ich mit dir. Nee. Lass erstmal hier ausleuchten. Hier ist Eisen. Hier ist ganz viel Eisen. Ich hab keine Fackel mehr. Ach, dann musst du zum Fackmann gehen. Komm her, ich hab noch ein... Ja, ich hab jetzt gerade welche gemacht. Ich hab aber auch nicht mehr so viele, wie ich gerade gesehen hab. Entschuldigung. Mh. Da müssten direkt wieder alle anfangen, ne? Der Patty rennt auch da um jetzt, Rühle. Hallo. Au! 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 Ich wollte ein Licht machen. Ich wollte ein Licht machen. So, jetzt, jetzt. Au! Die scheiß Teile, die glitzen voll. Au! Level 11. Ich bin, glaub, mal Level 8. Ihr seid gemein. Oh, hier ist noch eine weitere Höhle. Eine weitere Höhle. Aber hier... Gold. Ja, die, die der aber liegen lässt. Beziehungsweise... Ja, und dann wurschwert die Hellwelt. Ja, ihr habt da auch noch was sehen. Mein Gott, wenn man mal so Kohle sieht, ne? Da kannst du ausgehen, dahinter sind mindestens 10 Kohleblöcke noch. Ja. Und noch ein Bro-Dry-Pfeifen. Da gibt's ja noch weiter. Komm, lauf. Wir müssen doch so ein riesengroßes Getreidefeld anbauen. Meinst du, hier ist so... Ach, hier ist noch? Ja, meine Güte. Hi, Abend, hallo. Meinst du, hier ist was? Nein, ist nichts. Da ist nichts. Da ist nichts, Timo. So. So, und wo laufen wir jetzt her, Junge? Ah, links ging's doch noch, oder? Links, okay. Nee, doch nicht. So, und würd ich sagen, nehmen wir da oben noch die Eisen mit, was ihr von oben vergessen habt. Au. Da ist auch noch mehr, meine Güte. So, Junge, ich weiß, woher wir können... Ja, erstmal hier das Eisen mitnehmen, ne? Ja, genau, erstmal das. Ich hab hier nehm das Eisen. Hey. Hm? Ah, richtig krank. Ja, wir sind alle drei erkältet, ey. Alle drei sind krank. Ich hab Pilze. Das passt zum Thema krank sehr gut, Timo. Nee, Patty hat mich angesteckt. Und, äh, und Stephan angesteckt. Irgendwo müssen hier Zombies sein. Ja, ich sag doch, da oben muss ein Spawner sein, weil da sind noch vorhin ganz viele. Hm? Hm, schon. Kommt mal hier, kommt mal hier lang, wo wir vorhin hergekommen sind. Hä. Oben muss irgendwas sein, hörst du die, Stephan, hörst du die auch, die Monster? Ja, ja, sag ich ja. Na, geh mal. Hier oben ist irgendwas. Oh, jetzt müsste dann gleich meine Spitzhacke kaputt sein. Komm mal hier hin, Stephan, komm mal hin. Da ist ja sehr... ...ungefährlich, was du hier gebaut hast, Timo. Was hab ich denn gebaut? Wo bist du denn, Timo? Ach, der Chisel ist es hier. Nein, nein. Dann hast du dich bisher wieder runtergefallen. Ja, ich bin runtergefallen. Na, mal hier, hier ist noch ne... Timo, mach mal ein bisschen langsamer, sonst haben wir doch die Höhle gleich schon fertig. Wie, ich? Ich bau grad Kohle ab. Oh, hier ist mein Lichtback wieder. Ich bau grad Kohle ab, das weißt du, ne? So, Jungs, sag mal, wo wir her sollen. Bin ich bei euch? Ich weiß es nicht. Wo seid ihr denn? War da unten noch was? Nö. Irgendwo ist hier was, sag mal rein. Wo, wo... Ach, hier, guck mal. Stephan. Au. Wo war nochmal der Riesen-Schlund? Ja. Zurück, dann muss ich zurück. Ah ja. Ja. Aber lass erstmal hier... Alter, was ist das für ne Mario-Mucke, Alter? No, die Mario-Mucke wahrscheinlich. Na gut, wir hätten jetzt natürlich... Hätte ich dir jetzt die Dings-Playlist geben sollen. Da, runter. Nein, nein, doch nicht. Ja, du, wir laufen doch grad in den deutschen Weg sowieso, oder? Ja. M-m-m. Tun wir nicht. Ey, laufen alle irgendwie rein. Hier ist richtig, hier ist richtig. Hier ist nämlich Labelitz-Loadsley. Ja, hier waren wir aber noch nie. Ich weiß, hier hab ich nur eine Fackel in gesetzt. Ist ja nicht richtig, dann ist das ja nicht der Weg zurück. Doch, hier ist... Aber hier ist Ende. Da ist Ende? Dann weiß ich, wovon wir kommen. Boah, ey. Ja, ich weiß es auch so. Vielleicht hierher? Äh... Oh, Creeper. Creeper. Ein Creeper Creeper. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! So, guck mal, da oben geht's doch auch noch lang. Wie ich eh lang könnt. Ich weiß nicht. Sonst war ich das immer. Jetzt seid ihr das. So, ich hab Leitern, ne, also? Ich baue mal hoch. Nein, man braucht doch nicht. Wie viele Leiter, ey. Und dann noch nicht in die Höhle, ey. Vor Verschwendung. Das ist was für Lust. Oh, Eisen mitnehmen. Eisen. Oh, ja. Hier wäre dann auch eine Schlucht. Eine kleine. Ich würd sagen, wir gehen mal runter, ne? Bin ich dafür. Geh mal da weg. Geh mal da weg, Timo. Geh mal da weg. Auch, Paddy. Ja, ich bin weg. Lass den mal machen, den Opa. So. Oh, Kohle. Ja, jetzt machen wir mal hier einen ganz sicheren Treffer. So, kaputt machen. Also, ihr dürft mir jetzt nicht sauer sein, okay? Hey, Trottel. Mann, aber lebt das. Ja, und wie kommst du wieder hoch? Gar nicht richtig. Ja, Leiter, weil. Ja, genau. Wow. Holy shit, ey. Ey, meine Fackel. Randy Yoos. So, solange jetzt hier keines Geländ kommt. Au. Das tat weh. Oh. Oh, oh, oh. Was ist das? Was ist das? Fuck, 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 fuck. Waren ihr das? Wer ist da jetzt gerade verbrannt? Einer von euch? Nein, das war ein Ding. Hast du doch gehört? Ein Zombie. Oder ein Creeper, meine ich. Wie vor? Hier ist, äh... Fuck, ist hier viel Lutzli. Eisen, Eisen. So, da oben, Paddy, kannst du leider hochgehen. Äh... Nur Sicherheit, da will ich nicht nach reinlaufen. Wo bist du da? Hurra! Also macht Kröte grad die Dings und Paddy ist da hinten am Arsch der Welt und barbuddelt da irgendwo ein Loch. Ja. Nee, ich baue Eisen ab. Ich geh mal nach oben, du gehst nach unten, ich geh nach oben. Ah, da ist immer noch Eisen, ey.